Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dead by Daylight mit unserem Abo-Fallen-Trapper. Äh, ich muss gestehen, ich spiele Trapper halt echt wirklich sehr gerne. Warte mal, hier haben wir ja gar keinen... Okay, welche Gens bieten sich denn gerade an? Der, der... Nee, eigentlich eher da drüben, ne? Eigentlich eher dort drüben, aber wir können ja mal schon mal hier... Das ist eigentlich das erste, was ich mit Trapper mache, ist die wunderbare Hütte hier ein bisschen zu bombardieren mit ein paar Traps. Weil hier wollen sie ja häufig rumchassen und das kannst du damit halt so ein bisschen, ähm, denyen. Also nicht komplett, aber... Immer wenn ich dieses Geräusch höre, möchte ich mich einfach vergraben gehen. Okay. Hat jemand das Fenster benutzt? So. Ein Hit drauf. Okay, sie rennt in eine Area, wo wir halt schon ein paar Traps haben. Wenn sie jetzt hier lang läuft, haben wir wirklich eine gute Chance. Wenn wir sie jetzt da lang treiben. Okay, wenn man meint. Wir wurden auf jeden Fall beobachtet. Also die Leute wissen, wo... Unsere Trappos liegen. Ich habe mich gerade umgeschaut nach weißen Hooks, aber ich habe ja gar keine Scourge Hooks dabei. Bestes Perk, by the way, für alle Killer. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, hier ist noch irgendwer in der Nähe, weil hier wurde ja gerade die Trapp des Abends. Jetzt habe ich gerochen. So, wenn wir hier rum gehen, geht sie vielleicht in die Trap rein. Jetzt shoppen sie. Okay. Danke. Wir wollen diese Area hier, ähm... Arm bekommen, ne? An Paletten und so. Oh lol, das ist actually nice, dass hier uns einmal kurz der Trap mit, äh... mitkommt und dann... Und dann die Richtung wechselt. Oh, komm mal, können wir hier noch eine mitnehmen? Goddammit. Head-on, Stunner. Okay, aber dann wissen wir, dass die auf jeden Fall keinen Dead Hard haben, ne? Warum müssen wir an der Kiste? Gehen wir mal hin. Sagen wir mal hallo, wa? Sagen wir mal kurz hallo. Kannst du nicht in die Falle von mir rennen? Oh. Guck mal. That's it. Ich dachte, die braucht zwei Sekunden, bis sie wieder aufgeht. Das stand doch gerade da. Oh my God. Oh my God. This did not happen. Und dass sie sich so schnell befreien konnte, war das natürlich auch sehr geil gewesen. Das ist der Three-Gen, den wir verteidigen wollen, ne? So, wie's aussieht. Na, die haben da drüben halt irgendwo ihr komisches Totem. Noch mal kurz... Hi, 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 sagen. Hallo. Was geht? Trap holen! Und dann wird die Abo-Falle aufgestellt. Da wird die Abo-Falle einfach aufgestellt. Ja, renn in die Richtung. Genau. Genau, du klein... Guck, guck, du kleinen Schlampe! Hm. Oh. Okay. Ne Flashlight in nem Gen drin? Das ist aber nicht in Ordnung. Ja, hier ist sie. Ich hab sie gehört. Ja, jetzt nochmal wen aufhängen, wäre eigentlich ganz nice. Aber wir spielen halt kein Nöd, ne? Die werden uns halt wieder irgendwo ihr Totem blessen, wahrscheinlich wieder in der Hütte. Ja. Oh, actually, ist das ne Dead Zone für sie, oder? Okay. Okay. Machen wir mal wieder den Scheiß-Tot in mir weg. Oh, da ist wieder jemand in den Trap gelaufen. Sehr nice, sehr nice. Ich glaub, lassen wir die bei der Palette da, die... Ja, oder? Ja, lassen wir mal. Nice try, bitch. Nice try! Aber dafür musst du schneller aufstehen und früher. Denn der frühe Wurgel fängt den Papo und nicht die blutende Tusse im Schrank. Hex Depression. Gut. Haben wir das ja. Dann haben wir das ja. Wunderschön. Na, kann man machen. Was ich nicht weiß, ich geh jetzt hier rum. Oh, nee. Du. Das Spiel spiel ich nicht. Hab gemerkt, die bringt mir nicht so viel, die Trap. Ah, kommt die hier hin. So einfach ist es. Machen wir nochmal Pressure auf die alte. Oh, shit. Plaything ist aktiv. Ich hör ihn gar nicht. Wo ist er denn? Dongi. Mach mal, ne? Das wird eine lange Runde, Leute. Ja. Vorausgesetzt, dass da hinten jetzt gerade keiner dran ist. Oh, da ist jemand dran. Aber guck mal. Pass mal auf. Zack. Und she gone. So. Haben wir hier ein Häggelchen? Direkt hier so? Oh, guck mal. Hier schon. Der ist nice. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Wunderberst. So, da haben wir auch noch eine Trap. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum, um die Dahl anzulocken. Okay. I take it. Thank you. Ähm, dankeschön. Ich kann es hier nochmal gegenpoppen, was ganz nice ist. So, könnt ihr euch wieder heilen? Nee. Das war wild. Äh, dankeschön für deinen, äh, Sub-Denu. Na, vielen lieben Dank. So, die Dahl-Pallette ist weg. I take it. Oh. Bringen wir sie in den Keller? Wahrscheinlich, ne? Ja. Keller-Plate is. Keller, den Morphogus. Das kann jetzt hier mit dem Schrank. Deswegen gehen wir nicht zu nah an den Schrank rein. Das ist schon wieder in meine Falle gelaufen. Du hast jetzt wieder Terrorismus, ne? So, sauber. Boah, die ganze im, 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 im Dings chillen, ne? Okay. Oh, dann stoppt jetzt euer Freund im Keller. Der hat jetzt richtig die Hex, Hex Depressions. So, schau mal. So, wunderbar. So, she's dead on hook. Hab gedacht, da hab ich noch was gehört, aber... Hm. Also, so, ja, ne. Wir werden dich jetzt einfach weg, Morin. Ja, schön auf den Hinterkopf. Hm. Okay, dann müssen wir zu dem Gen da hinten laufen. Ich hab das Gefühl, dass wir da hinten gegenpoppen müssen. Aber mind, müssen wir nicht. Oh mein Gott. Drop top. Hi. Ja, sag mal, also, das dritte Mal an diesem Schrank halt vorbeilaufen, ne? Denkst du auch, ich bin komplett stupid, ne? Sie denkt auch, ich bin komplett stupide. Stupido. I take it. Thank you. Thank you. Ah, danke, danke. Du, jetzt auf den Hacken. Anbeite Nummer 6, bitte. Wenn Leute drei Stunden um Locker stehen, machen sie anscheinend keine Gents. Ja. Ist jetzt auch nicht so die wahre Lösung für das Problem, ne? Oh, da können wir nicht gegenpoppen. Oh mein Gott. Oh. Oh. Oh, jetzt wird's aber, jetzt wird's aber, jetzt wird's gefährlich, ne? Jetzt wird's gefährlich für dich. Na gut. Viel Spaß. Oh, nein, jetzt hat's die Apkehung. Die Vanus totum gerade weg machen. Nope. Nein, Bitch. Das ist mein Totem. Decisive Strike in mein Ass. Das kann ich dir leider noch nicht sagen. So. Gehen wir mal wieder zum Gen, oder? Können schon wieder poppen. Ich hab quasi einen Dauerständer. Ich kann dauerhaft poppen. Er ist schon wieder abgehangen. Das ist aber nicht in Ordnung. Machen wir das gleiche Spiel nochmal? Muss ich diesmal andersrum kommen? Ich denke nicht, ne? Okay. So, wo sind's denn jetzt hingegangen? Ich hab noch eine Falle im Keller, die ich nicht mehr da brauche, ne? Die gönne ich mir mal. Gib mir meine Falle. Ja, bunte Tüte. Meinst du, jetzt geht sie wieder zum Totem und klärt es? Sie haben sie auf jeden Fall nicht gehealt. Oh. Kann es sein, dass ich zusammen einfach mit Jen sitze, ne? Depression! Sie steht bestimmt wieder da vorne im Schrank. Ah, ne, kann sie nicht, weil da eine Trap vor ist. Aber wäre witzig. Oh, du bist dead. Oh, das tut mir jetzt ja leid, ne? Das war nicht mit der Absicht. Let's find the hatch! Keiner, okay. Okay, danke schön für das verschenkte Abonement. Warte mal, hab ich... Ne, hab ich nicht. So. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Oh, ich hör die hatch. Ich hör nicht die hatch. So, wo haben wir die Ausgangstore? Eins. Zwei. Die sind relativ weit auseinander. Deshalb müssen wir jetzt folgendes machen. Das ist bestimmt bei dem anderen Ausgangstor, oder? So, jetzt gehen wir zum anderen Tor. Aber wenn sie da ist, dann wird sie jetzt rauskommen, weil wir zu lange gebraucht haben. Ja, da ist sie. Wobei... Leuchtet schon rot. Hm. Oh, sie ist verletzt. Das ist ja optimal für uns, ne? Ach, da hinten läuft sie. Gut, jetzt rennt sie zum anderen Tor. Ich glaube, das andere Tor schafft sie nicht mehr. Wollt sie gerade in den Schrank? Also, das vierte Mal, dass du in irgendeinen dummen Schrank bist und hoffst, dass ich darauf reinfalle, mein Newtster. Aber weißt du was? Ich bin ein netter Killer. Komm. Komm her, mein Newtster. Komm her! Ah, guck mal, ich mach... Ich mach's einfach so. Okay, let's go! Dann mach ich mal kurz die Gestütze, wa? Weil es geht nicht umgelaufen. Eins! Da haben wir's ja. Let's face, danke schön für deine fünf Verschenken an die Community. Danke. Danke. Bye, bye! Wunderbar. GG. Ich muss noch welche nachholen. Okay. Muss ich gleich noch machen. Sorry, sorry. Sorry! Sorry! War da mal wieder meine, ne? So, GG. Aber das Head-On-Stun hat nicht mehr funktioniert am Ende. Das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Das hat dann einfach nicht mehr funktioniert.